Er sei etwas verstaubt, das sagte man lange über diesen Fleck am südwestlichsten Rand der EU. Die Heimat europäischer Melancholie. Alte Maschinenhallen, urige Folklore, der Hafen einer einstigen Weltmacht. Portugal ist Europas ältester Staat. Seit dem 12. Jahrhundert haben sich die Grenzen nicht verändert. Das Land aber hat sich radikal gewandelt. Denn heute ist Portugal angesagt. So wie ein echter Klassiker, portugiesischer Bäcker. Das Pão de Mio, Portugals Maisbrot. Willkommen in meiner Bordküche. Für dieses Brot muss Mais her. Und den brachten Seefahrer aus der neuen Welt mit nach Portugal vor Hunderten von Jahren. Er war billiger als Weizen und wurde schnell zum Essen der armen Leute. Also grob gemahlenen Mais oder Polenta mit einem Esslöffel Salz und heißem Wasser mischen. Einen Esslöffel Trockenhefe und einen Teelöffel Zucker in Wasser lösen. Wenn die Polenta abgekühlt ist, alles mit Weizenmehl mischen. Traditionell ist das Handarbeit. Über Jahrzehnte war Portugal arm und unterentwickelt. Erst 1974 wurde Westeuropas älteste Diktatur gestürzt. In der Nelkenrevolution. Es war Portugals große Wende zur Moderne. Also ruhig zur Küchenmaschine greifen. Acht Minuten kneten, bis sich der Teig vom Schüsselboden löst. Dann das Brot auf die doppelte Größe gehen lassen. 90 Minuten wächst und wächst er, sowie Portugals Wirtschaft nach jahrelanger Rezession. Einer der Verantwortlichen dafür ist Mario Centeno, Chef der Finanzminister der Eurozone. Moment, was wird denn da aufgetischt? Aufbackbrötchen? So, jetzt kann es weitergehen. Centeno weiß, dass die Schwankungen in der Wirtschaft zyklisch sind. Selbst einem kräftigen Schlag, und der kommt jetzt, folgt immer wieder Wachstum. Nur das braucht Zeit. Ein Land genau wie ein Teig muss immer wieder gehen können. In unserem Fall ca. eine Stunde. Wenn der Teig dann auf die doppelte Größe gewachsen ist, kurz einschneiden. Und dann ab in den Ofen bei 220 Grad für rund 40 Minuten. Fertig ist das Maisbrot. Ein Glas Rotwein dazu? Selbst die tiefste Melancholie lässt sich so doch ganz gut ertragen. Prost!